Die EL84 von Elektroharmonics ist als eine sehr neutrale und musikalische Röhre zu bezeichnen, auch wenn sie ein richtig gutes Low End liefern kann. In den folgenden beiden Clips könnt ihr diese EL84 mit allen weiteren EL84 Typen vergleichen. Viel Spaß dabei! Die EL84 von Elektroharmonik Die EL84 von Elektroharmonik